Worauf kommt es an bei Positiv Leadership? Ich werde drei Punkte herausgreifen. Das erste ist, dass Sie anfangen. Es braucht immer etwas Mut. Sie müssen Dinge tun, die Sie noch nie getan haben. Man wird sie in anderen Situationen erleben. Es ist ein Quäntchen Unsicherheit, das Sie aushalten müssen. Aber man muss etwas Neues wagen. Das zweite ist, ganz wichtig, Ihre innere Haltung. Sind Sie wirklich dabei, dass es Ihnen ein Herzensanliegen ist, dass die Mitarbeitenden aufblühen können beim Job? Oder spulen Sie nur irgendein Instrument ab, das Sie irgendwo gehört haben und irgendjemand hat gesagt, das sei eine gute Idee? Und damit Sie wirklich diese Haltung verkörpern können, ist es sicher eine gute Idee, wenn Sie bei sich selbst anfangen und gewisse Übungen machen, die Ihnen helfen, an sich selbst die eigene Freude an der Arbeit zu entdecken. Sie werden auch nicht Bergführer und waren noch nie auf einem Viertausender. Bevor Sie Leute mitnehmen, machen Sie die Reise selbst. Also die innere Haltung, das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, es braucht immer etwas Kreativität und Anpassung der Instrumente ans Umfeld. In gewissen Kontexten ist es eine gute Idee für Mitarbeitende, eine Schachtel mit ein paar Schöckerli aufzustellen. Das funktioniert gut und allen finden das lustig. Und bei anderen Mitarbeitern ist irgendwie schocki, ist irgendwie nichts. Das wäre gut, wenn auf einer Anzeigetafel ein paar Icons aufblinken. Das erzeugt Resonanz. Oder in noch einem anderen Kontext ist es vielleicht eine gute Idee, in einem Grossraumbüro eine Schiffsglocke aufzuhängen und wenn etwas Tolles passiert, die zu klingeln und dann die Leute zu versammeln und zu feiern, was passiert ist. Für andere wiederum wäre das völlig absurd. Also Sie müssen wissen, wie Ihre Leute ticken, wie Sie sie packen können, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit kriegen, dass Sie spielerisch und fröhlich unterwegs sind. Und das kann man nicht aus dem Lehrbuch einfach umsetzen, sondern man kann sich inspirieren lassen und muss es dann massschneiden auf die eigene Situation.